So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session. Wie ihr seht habe ich ein bisschen die Insel erweitert, jetzt habe ich Kobbel benutzt. Und ich habe hier mal ein Feld angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Ich denke mal, wir werden jetzt ein paar Quests hier machen. Mal gucken. Jetzt irgendwie die ganzen Quests hier. Mal schauen. Und dann, vielleicht bauen wir noch ein bisschen. Ich will nämlich noch eine Monsterfalle. So eine Monsterkammer soll das werden. Die will ich mir machen. Mal schauen, ich weiß noch nicht wohin, vielleicht da hinten. So, mal gucken. Aber erstmal werden wir jetzt, nochmal zuerst. Genau, wir gucken mal. Wir machen jetzt, da waren wir fertig. Soll ich mir einen Blaze? Nee, Blaze soll ich erstmal eine Kamera haben, bevor ich einen Blaze beschwöre. Und außerdem könnte ich auch mal eine Rüstung machen. Da habe ich auch nicht verkehrt. So. Oh. Also ehrlich gesagt, Projekt E. Ich habe damit nicht viel gearbeitet. Ich finde das Klasse so schön. Bisschen cheaty, aber schon. Hat was, hat was. So. Äh. Wir gehen immerhin. Diamant blocken wir bestimmt auch hin. Denn wir haben eigentlich reichlich EMC. Reichlich. So. Und rein damit. Ein Koppel kann ich auch reinwerfen. So. 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 Das heißt, ich brauche hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. So. Oh. Nicht übel. Ähm. Ich habe gar kein Kloster da drin. Moment. Ich habe da aber Kloster, oder? Ich habe kein Kloster. Doch. Ich habe Kloster. Dank. Das wäre wirklich alles mal. Dass gelernt wird. Ich weiß nicht, ich habe nämlich Kohle schon mal reingeworfen. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Hier. Clothstone, Blaze Powder, Kohle, Lappi, ne Tequat. Wunderbar. Ok, ich brauche 6 Clothstone. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich brauche 12... 4 x 6, ja, genau. Das habe ich aber nicht viel geklickt, aber gut, was soll's. Das war der Ofen. Eine Koppel habe ich doch gut. Einen Ofen. Dann natürlich den Diamantblock. Ach, ein Glas brauche ich auch noch. Ne, jetzt geht's hier so ein Glas. Da, ein Glas. So, 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 noch von vorne. So, so, so. Cool. Cool. Wo stelle ich denn erstmal hin? Ähm... Ich will vielleicht wieder ein Haus bauen, ne. Ich weiß noch nicht wann. Ich weiß noch nicht wann. Ich muss das wahrscheinlich hier hinstellen. Ähm... Na gut, Farmgelände haben wir da. Ich will jetzt vielleicht erst einmal... Boah, ich brauche eigentlich eine spezielle Hütte dafür. Ich stelle es erstmal da hin. Ähm... Also erstmal hier. Dann läuft das wenigstens schon mal. Ähm... Okay. Läuft hier schon mal. Wie funktioniert das eigentlich da? Schmeiß ich rein? Kohle, glaube ich, oder so, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist ewig her. Das ich benutzt habe. Okay, erstmal gucken. L. Quests. Energy Collected Scan 3. Ähm... Boah. Wollen wir noch was? Nö. Perfekt. So, dann... Kleinstar. Ähm... With Kleinstars, you can easily store EMC... Aha, okay. If you charge one high, ne? That will... Chrom... Vollicron, Kleinstar, Omega... Ah, okay. Kleinstar. Einfach... Aufladen. Mal gucken. Was braucht man denn für einen Kleinstar? Ich bin zu befürchten, das würden eher... Ähm... Ähm... Crafting-Quests werden, oder so. Ah, Möbius-Fuel. 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 Alchemie-Kohle. Okay. Vier Kohle. Alles klar. Habe ich Kohle schon? Ja, hab schon reingeworgen. Die kann ich eigentlich hier verbrauchen. Warte mal, die beiden es da lassen. So... Lass ich mir jetzt mal wieder weg. Den Sand eigentlich auch. Äh... Kohle. Eins, zwei, drei, vier... Wir... Äh... Eigentlich kann ich jetzt meine Stick geben. Und dann... Hm... Habe ich erwähnt, dass es wahrscheinlich Crafting-Quests werden. Ich glaube schon, dass ich es erwähnt habe, oder? So... Alchemie-Kohle. Kann man die auch da so... So... Oh... Hat's gelernt. Sehr schön. Ähm... Und dann die vier in Möbius-Fuel. Aha. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Halt den da will ich. Äh... Ja. Äh... Äh... Ich benutze die Kohle. Äh... Im Grunde... Könnte ich doch einfach... Eins, zwei, drei... Vier... Boah... EMC geht ganz schön... Boah... Ganz schön flirten hier. Ach... Und Diamant brauche ich noch. Aha... Da... Ich bin jetzt aber... Tagwiese echt froh, dass ich dann doch so viel... Yay... Ein Kleinstar... Den kann ich jetzt aufladen. Hm... Okay... Möbius-Fuel... Okay... Schön... Ähm... Was brauche ich hier? Äh... Also... Fahr mal... Äh... 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 Einfach... Kraften... Okay... Best... Äh... Äh... Vier davon... Jetzt hab ich nicht genug EMC... Habe ich denn wieder genug Obi? Bitte, 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 bitte... Oh... Es geht so... Ich bin ja so froh, dass das hier... Sehr gut läuft eigentlich... Äh... Eins, zwei... Ähm... Sonne geht runter... Was wollen die noch haben? Ähm... Dafür brauche ich wahrscheinlich nicht... Äh... 4-8-2... Ach du Gott... Ach du meine Güte... Soll ich nicht wieder EMC hernehmen? Ähm... Der Obi-Generator ist ja schon gut... Schon sehr gut... Äh... Aber es reicht nicht... Ich hätte das gedacht... Wahnsinn... Äh... Ich brauche... Ja komm... Diese... Das EMC reicht... Das reicht hinten und vorne nicht... Ja... Dahinten brennt es... Ich weiß... Aber... Das ist schlimm... So... Wenn ich mir jetzt hier... Kohle... Okay... Die kann man auch hier reinwerfen, oder? Das wird dann umgewandelt... Die wird dann umgewandelt... Ah... Was sieht ganz paul aus? Äh... Oder wie? Oder was? Warte mal... 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 Naja, ich muss mal warten... Was soll ich jetzt machen? Das Essen wäre ja auch eine ganz nette Idee. Gibt es da irgendwo Essenbelohnungen? Das kriege ich noch nicht hin. Nicht nur EMC... Energy Condenser, das wäre auch mal eine Idee, was wir machen könnten. Ah, das kommt dabei raus. Glowstone. Aha. Ja, gut. Lass mal stecken. Lass erstmal stecken. Das werden wir erstmal generieren. Was soll ich jetzt gerade tun? Hier ist das Ding nochmal Kondenser. Da, Energy Condenser. Genau den, da wollte ich machen. Ich mache OBI. Alchemiekiste. Was haben die nochmal alles gemacht? Ich muss überlegen. Ich brauche Alchemiekiste. Ich brauche das Grün. Das ist Kobbel. Eisen. Und davon habe ich. Kobbel, Eisen. Kobbel habe ich eine Tasche. Eisen haben wir hier. Kohle. Wie war es? Das war so? Und... Stahl. Holzkohle auch noch. Ah, hier ist ja keine Tinkertäbel. Holzkohle. Eine Holzkohle. So. Okay. Das andere war Eisen. Eisen. Eisen und Redstone. Okay. Redstone. Da war Redstone. Eisen und Redstone. Zack. Das andere habe ich jetzt Belohnung bekommen. Da ist es doch. So. Dann brauche ich Diamant. Zwei Eisen. Zwei Steine. Äh. Ich habe keine EMC mehr. Diamanteisen. Äh. Äh. Die Eisenkraft in Quest eindeutig. Robi. Äh. Zack. 1,2,3,4. Zack. So ein Diamant. Ähm. Ähm. Zack. Oder noch mal vier Diamanten. Stein. Stein. 1,2. Ich habe nicht genug Diamanten. Ich kann die nicht machen. Äh. Dann machen wir einfach mal so. Zack. 1,2,3,4. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann nochmal. Eine Kiste. Ah man. Dinkel. Wär schön. Wär wirklich schön. So. Eine Alchimikiste. Un fester. trapp. Wir0. &aju. Wir0. Wir0.